Psychotherapeutische Schulen versuchen wir an dieser Stelle einmal einen Abriss, einen Überblick über existierende psychotherapeutische Schulen. Der Begriff Psychotherapie meint griechisch Seelenkunst. Das ist also etwas, was zum Menschsein in vielfältigen historischen Epochen und Kulturen gehört, also hilfreiche soziale Beziehung und damit Handlungen, ausgeführte Handlungen, die wichtig sind, die natürlich so eine Grundlage haben, wie menschliches Leben ist auch menschliches Leid, Krankheit und bedeutet natürlich auch, dass man diese heilen kann. Es geht in diesen Zusammenhängen natürlich um Sinnentwürfe. Warum geschieht etwas? Warum ist etwas sinnvoll? Was ist überhaupt die Möglichkeit von Sinngebung oder Sinnhandlung oder Sinnentwürfen? Ich möchte an dieser Stelle natürlich auf die Religionssysteme verweisen, die bis dato oder bis zur Entwicklung einer fundamentaleren Psychotherapie eine ganz wichtige Rolle gespielt haben und die immer auch noch spielen. Also Religionen, Religionsstifter, Religionsphilosophien spielen in dem Zusammenhang der Psychotherapie immer noch eine ganz entscheidende und tragende Rolle, parallel zu der offiziellen Psychotherapie. Beginn der offiziellen Psychotherapie oder einer fundamentaleren Psychotherapie ist sicherlich der Beginn des 20. Jahrhunderts in Deutschland, aber auch in anderen Ländern bis hin eben zum Beispiel zur Erlangung eines Psychotherapiegesetzes Ende der 90er Jahre oder bis in Deutschland wurde 1999 im Psychotherapeutengesetz bestimmt, was die approbierten Psychotherapeuten anbelangt, also die von den Kostenträgern anerkannten Psychotherapeuten angelangt. Psychotherapie geht mit einer Vielfalt an menschlichen Erlebens- und Handlungsweisen anher und verschiedenartigen Sinn- und Wortvorstellungen in dieser Hinsicht. Wichtig ist in der Psychotherapie, dass man unterschiedliche Kommunikationsmethoden verwendet oder man diese Kommunikationsmethoden auch oft als psychologische Mittel betrachtet. Es geht darum, bewusste und geplante Vorgehensweisen vorzunehmen, die natürlich sichtbar sind, die transparent sind, die also insofern leer- und lernbar sind, um Verhalten, um Sinngebung, um persönliche Entwicklung und vieles mehr zu bedingen oder zu ermöglichen. Es geht letztendlich immer wieder auch um Therapieziele, also so etwas wie zum Beispiel Symptomminimalisierung oder um Strukturänderung einer Persönlichkeit. Ein ganz zentraler Bestandteil ist eben auch die tragfähige emotionale Bindung zwischen Klient und Therapeut, was zum Beispiel auch in der Verhaltenstherapie mittlerweile etwas ganz Wesentliches ist und als wichtige Grundlage gesehen wird. Eine wichtige Frage sind auch Menschenbilder und das hängt natürlich immer auch vom kulturellen Kontext ab, sowie natürlich auch Fragen von Behandlungsbedürftigkeit. Wann muss jemand oder kann jemand behandelt werden oder wann ist es notwendig, jemand psychotherapeutisch zu behandeln? Und das ist durchaus strittig immer wieder und auch wird in diesem Zusammenhang auch sehr konträr diskutiert. Es gibt zum Beispiel kulturelle Bilder wie Homosexualität, die früher noch als Homosexualität oder Homosexualität strafbar waren, im DSM 3 oder 2 aufgeführt waren, die heutzutage gesund sind, wo man nicht mehr sagen kann, dass etwas pathologisch in dem Sinn ist. Auf der anderen Seite gibt es eine Ausweitung zum Beispiel wiederum im DSM, also in diesem amerikanischen Psychiatrie-Manual für psychische Störungen, wo man mehr und mehr Störungsbilder auch neuerdings wieder aufgenommen hat und sie als pathologisch betrachtet. Wir haben ja Ähnliches beispielsweise auch in der Medizin, wo man jetzt neuerdings beispielsweise im medizinischen Bereich auch wiederum in amerikanischen Klassifikationssystemen den Bluthochdruck schon viel frühzeitiger ansetzt. Also nicht mehr, oder wie wir es hier in Deutschland haben, 140 zu 80 oder zu 90 Blutdruckmessungen, sondern die Grenze eindeutig bei 120 zu 80 oder 90 ist, wobei auf einen Schlag fast die Hälfte der Bevölkerung damit pathologisiert wird und unter Bluthochdruck leidet, wenn sie diese Grenzen nicht einhält. Also das ist immer eine Frage der Konvention, wann ist etwas gestört und wann gilt etwas als eher nicht gestört. Also wir haben hier eine enge Verzahnung zwischen Psychotherapie und gesellschaftlichen Definitionsprozessen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten wir den Beginn der Psychoanalyse, also die Wurzeln historischen Entwicklungen der Psychotherapie, also das fulminantere Bestehen von Psychotherapie, wenn ich das mal so nenne, mit Freud natürlich, aber auch mit Weggenossen wie Breuer, Charcot, Jeannet, Meinert, Libow, Bernheim, Wilhelm Vlies, Bleuler, später dann eben geistige Wegbereiter wie Braid, Mesmer, Münsterberg, philosophisch orientiertere Therapeuten oder Wegbereiter wie Schopenhauer, Nietzsche und natürlich die Konzepte der Psychoanalyse zwischen 1900 ca. und 1920. In der Psychoanalyse ganz wichtig die Unterscheidung zwischen Bewussten, Vorbewussten, das heißt jetzt gerade, jetzt nicht bewusst, aber durchaus bewusstseinsfähig, und Unbewussten, also aus dem Bewusstsein verdrängt. Wir haben natürlich auch Betonungen z.B. energetischer Grundlagen, deren typische frühkindliche Entwicklungsphasen für das spätere psychische Geschehen, wie z.B. die Herausarbeitung einer spezifischen Behandlungsmethode mit der Einrichtung einer Übertragungsbeziehung als wichtigsten Behandlungsmoment, einer Widerstandsanalyse als auch zentraler Behandlungsmethode. Die Betonung energetischer Grundlagen im Vorfall eines, im Lauf oder in Form eines Sexualtriebes, eines libidinösen Triebes oder überhaupt einer Triebhaftigkeit, ist ein zentrales Element der Psychoanalyse und dieses zentrale Element führte in der Historie auch relativ früh zu einem Zerwürfnis, z.B. der psychoanalytischen Gesellschaft, aus der im Jahre 1911 Alfred Adler ausstieg und seine eigene Individualpsychologie richtete, eine Richtung, die mehr den sozialen Komponenten im Leben eines Menschen eine Bedeutung gibt. Schließlich stieg 1913 auch Jung aus der psychoanalytischen Gesellschaft aus und gründete seine analytische Psychologie und erweiterte das Konzept des Unbewussten um kollektivere Anteile mit kreativen, aber auch interkulturellen, vielfach kulturellen und transpersonalen Aspekten als eben das doch für ihn sehr enge Modell des libidinösen von Sigmund Freud. Freud selber hat dann ca. im Jahre 1920 eine Abkehr von seinem energetischen Libidokonzept hin zum Strukturkonzept der Persönlichkeit vollzogen. Und damit haben sich weitere Richtungen gebildet, wie die z.B. von Wilhelm Reich begründete Vegetotherapie. Also eine Therapie, die ihren Schwerpunkt eher auf energetische Prozesse beibehält und natürlich Grundlage z.B. auch heute existierender körperorientierter Verfahren ist, wie z.B. Bioenergie. Es haben sich weitere Richtungen entwickelt und herausdifferenziert, abgetrennt, ergänzt, was auch immer. Die Menschheitsentwicklung ist sehr vielfältig, so auch in der Psychotherapie natürlich. Es gibt Widersprüchlichkeiten, es gibt Kontrapunkte, Auseinandersetzungen, Diskussionen usw., wie das für eine gesunde Therapieentwicklung oder Systementwicklung auch grundsätzlich wichtig ist. Wir haben letztendlich eine Entwicklung tiefenpsychologischer Psychotherapie, die einen anderen Ansatz verfolgt als die klassische Psychoanalyse. Und wir haben vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg weitere Richtungsmuster der Psychotherapie erlebt, z.B. die Verhaltenstherapie, die ihre Erkenntnisse vor allem aus der empirischen Psychologie nimmt und vor allen Dingen auf Lernvorgängen, also Konditionierungsvorgängen beruht und insofern in den letzten Jahrzehnten zunehmend auch psychologische Forschungsergebnisse über kognitive und emotionale Vorgänge berücksichtigt. Wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg eine große Entwicklung der humanistischen Psychotherapie, die Prozesse der Selbstregulation auf körperlicher, mentaler, psychischer und interaktioneller, also zwischenpersonaler oder in der interaktionenden Verhaltenen Ebenen ins Zentrum stellt. Aber auch solche Begrifflichkeiten wie Wachstum, Entfaltung und Autonomie und natürlich auch die Therapeut- und Klientbeziehung in den Vordergrund stellt, also als Begegnungsqualität in den Vordergrund stellt. Bedürfnisse des Menschen nach Sinn und Verständnis seines Lebens, nach Überbau, nach weiterer spiritueller Richtung transpersonaler Verständnisbildungen sind wichtig. Stimmige Vergangenheit, das Leben als Lebenskonzept, das Sinn machen kann. Aber auch zum Beispiel so etwas wie mögliche Zukunftsentwürfe sind hier wesentliche Bestandteile. Dann haben wir eine Entwicklung der Familien- bzw. der systemischen Therapie, in der eben Interaktionsmuster, kommunikative Wirklichkeiten, aber auch zirkuläre Prozesse und sprachliche Bedeutungszuschreibungen und natürlich auch funktionale Aspekte von Symptomen in diesem Interaktionsgeflecht gesehen werden. Wir haben also eine Vielfalt auch von Richtungen, die sich entwickelt haben oder wir sprechen auch von Richtungsklustern innerhalb der Psychotherapie, die ihre spezifischen Schwerpunktsetzungen haben. Im Übrigen lassen sich keineswegs alle Psychotherapie-Schulen klar einem dieser möglichen Cluster zuordnen. Sie sind natürlich nur Orientierungshilfen oder eine Orientierungshilfe in dem sehr großen Spektrum der Schulen Ansätze und Konzepte. Tiefenpsychologische Ansätze Eine klassische Psychoanalyse nach Freud mit einer eher sehr hochfrequenten Behandlung. Der Klient liegt auf der Couch, er äußert alle seine Einfälle, die freie Assoziationen und diese vom hinter ihm sitzenden Therapeuten werden gedeutet, wird sicherlich zunehmend auch seltener in der heutigen Zeit, während tiefenpsychologische Ansätze eine wichtigere Bedeutung einnehmen. Wir haben hier eine kürzere Dauer, eine stärkere Konzentration auf störungsspezifische und akute Aspekte. Auch wenn sie natürlich vom theoretischen Hintergrund immer noch von der Psychoanalyse sehr stark beeinflusst sind. Neurotische Entwicklungen oder Neurose werden dabei als Konflikte zwischen Instanzen des Strukturmodells der Persönlichkeit gesehen. Hier haben wir das Über-Ich-Ich, das ES-Konzept, also das Instanzenmodell der Psychoanalyse. Wir haben einerseits eben das triebhafte ES, andererseits haben wir so etwas oder als Gegenpol dazu wie ein Gewissen und kulturelle Normen. Und das repräsentiert also das Über-Ich und natürlich das Ich, das zwischen diesen beiden Instanzen liegt und realitätsangepasst vermitteln muss und durch seine Abwehr einfach wichtige Aufgaben hat. Und die Abwehr wiederum können wir unterteilen in generelle Abwehrmuster wie Verdrängung, wie Sublimierung, wie Projektion oder eben spezifische Abwehrmanöver wie die eigentlichen Störungen, psychischen Störungen, die wir sehen können. Also diese Dinge werden dann immer wieder ins Unbewusste verdrängt und Ziel der Psychotherapie ist die Aufdeckung durch den Analytiker. Und die Aufdeckung durch den Analytiker bedeutet natürlich von Klientenseite, dass er dem durchaus immer wieder Widerstand entgegensetzt. Die Verhaltenstherapie, Kernthese der Verhaltenstherapie ist, dass wir unnormales Verhalten oder problematisches Verhalten oder störungsspezifisches Verhalten mit Lernvorgängen verknüpfen. Dass wir sagen, also ein falsches Verhalten wurde konditioniert gelernt im Laufe der Zeit. Und es geht hier natürlich um den zentralen Aspekt differenzierter Lernvorgänge. Wie lernen Menschen? Und das können wir durch eine experimentelle Psychologie auch unter einen gewissen Beweis stellen oder wir können es dadurch verifizieren. Wir können Lernvorgänge dadurch voraussehen. Wir können die Faktoren bestimmen, die mit Lernvorgängen verbunden sind und die das Lernen bestimmen. Und wir haben solche Konzepte wie klassische und operante Konditionierung. Wir haben solche Konzepte wie, wenn jemand etwas gelernt hat, dann kann er es verlernen. Dann haben wir eine Gegenkonditionierung oder wir haben so etwas wie eine Desensibilisierung. Wir haben aber auch so etwas in der Verhaltenstherapie wie Entspannung, verschiedene Entspannungsmethoden, progressive Muskelrelaxation, Kontemplationsmethoden, Meditationsmethoden, autogenes Training und so weiter. Also wir haben die Möglichkeit gut erlernbarer Entspannungsverfahren. Und wir haben natürlich auch operante Verfahren oder Verstärkungsverfahren, die als Verstärker neue erwünschte Verhaltensweisen aufbauen. Wir haben so etwas wie auch Reizkontrolle der Verstärker für unerwünschte Verhaltensweisen oder Reizkontrollen, die Verstärker für unerwünschte Verhaltensweisen ausschalten können. Schließlich haben wir in der Verhaltenstherapie natürlich auch so etwas wie das Modelllernen, ein übergeordnetes Lernen, ein Lernen am Modell. Und dazu kommen natürlich auch Komponenten, vor allen Dingen beim Modelllernen, Komponenten wie Affekte, Vorstellungen und Denkvorgänge, die zunehmend in die Verhaltenstherapien mehr und mehr einbezogen worden sind und dadurch eine sogenannte kognitive Wende ausgelöst haben. In jedem Fall ist eine wichtige und sorgfältige Analyse der funktionalen Bedingungen des Verhaltens sowie natürlich der erwünschten und realistisch erreichbaren Ziele wichtiger Bestandteil einer modernen Verhaltenstherapie. Wichtig ist auch die Evaluation der Methoden, warum wirkt etwas, wie wirkt es, wie kann man das evaluieren, wie kann man es analysieren und darstellen, um die Erfolge von oder die Standardisierbarkeit von Verhaltenstherapie wesentlich transparenter und klarer zu machen. Die humanistischen Therapieansätze haben sich dann als dritte Kraft der Psychotherapieschulen entwickelt und hier geht es mehr darum, den Menschen als ganzheitliches System zu betrachten und nicht nur durch biophysiologische Triebe oder Reizreaktionsketten zu betrachten oder zu sehen. Das ganzheitliche Wesen steht hier im Vordergrund. Ziel, Sinnorientierung, Entfaltung eines Selbst, Autonomie, soziale Wirkungsweisen oder soziale Beeinträchtigungen oder soziale Reaktionen oder soziale Interdependenzen sind hier ganz wichtig. Neben schöpferisch-kreativen Potenzialen, aber auch vielfältige, transzendente Sehnsüchte sind hier wichtig. Roger ist als Wegbereiter zum Beispiel der klientenzentrierten Psychotherapie oder Gesprächspsychotherapie. Perls für die Gestalttherapie oder Moreno für das Psychodrama, Daseinsanalyse, Existenzanalyse, Logotherapie durch Viktor Frankl zum Beispiel, familientherapeutische Richtungen wie Virginia Satir. Wichtig in der humanistischen Therapie ist die große Bedeutung der Patient-Therapeuten-Beziehung, also der Begegnung dieses wechselseitigen Bezuges, auch jenseits der Aspekte der Übertragung und Gegenübertragung, wie in der tiefen psychologischen Orientierung oder psychoanalytischen Orientierung. Andererseits haben sich dann aber auch humanistische Therapie-Entsätze für tiefen psychologische Entwicklungsmodelle und lerntheoretische Erklärungen und Techniken geöffnet. Also wir haben eine gegenseitige Beeinflussung der Therapieschulen, sodass wir heute sagen können, wir haben einen Trend zur Integration dieser historisch und kulturell gewachsenen Therapieschulen und Therapieansätze. Die vierte große Klasse stellen sicherlich die Familien- und Systemtherapien dar, die sich also auch unterschiedlich entwickelt haben, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg. Familien, Patienten wurden zunehmend in dieser Zeit in die Therapie mit einbezogen, und es ging also nicht nur um Einzelklienten. Es geht bei den Systemtherapien vor allem darum, dass Symptome in besonderem Maße mit den familiären Interaktionsstrukturen verbunden waren und verbunden sind. Wir haben solche Entwicklungen wie psychoanalytische Familientherapie, bei der Konzepte der Psychoanalyse und Tiefenpsychologie auf den Umgang mit Familien erweitert wurden. Wir haben so etwas wie eine strukturelle Familientherapie, die sich an wertenden Konzepten einer gut funktionierenden Familie orientiert, zum Beispiel klare Grenzen zwischen Eltern und Kindern, wirklich keine Koalition zwischen Eltern und Kind. Wir haben entwicklungsorientierte Familientherapie, die zum Beispiel sich an den humanistischen Psychotherapievorstellungen orientiert, wie Wachstum, Kreativität, Flexibilität, Miteinander, Kooperation, aber auch individuelle Aspekte wie Selbstwert der Beteiligten im Zentrum sind. Wir haben so etwas wie eine strategische Familientherapie, das ist also die Mailänder Schule beispielsweise, wie besonders die Veränderung der Interaktionsregeln betrachtet und natürlich dann eben auch spezifische Techniken verwendet, wie zum Beispiel Verschreibungspraxis, Paradoxe, Interventionen oder so etwas wie zirkuläres Fragen, Fragen von Umständen, wo jeder über seine Wahrnehmung von Beziehungsaspekten zwischen anderen befragt wird. Oder eben auch typische Settings von Therapeuten, Teams oder Reflecting Teams, die im Vordergrund sind. Neben diesen Entwicklungen haben wir in der humanistischen Orientierung auch viele blühende praxiologische Entwicklungen, also sehr viele Ansätze, die hier mit eingebettet werden können. Aber was immer wieder auffällt, ist, dass in systemischen Richtungen die Sprache als fassbares Abbildungssystem, als Referenzsystem, ja auch als kognitive Zentraleinheit gesehen wird und die Narrationen oder die Geschichten, die Menschen immer wieder über etwas erzählen, die Realität formt und umgekehrt die Realität sich in der Sprache niederschlägt. Also das Narrative bei modernen systemischen Ansätzen ist etwas sehr Wichtiges. Oder die philosophische Frage, wie wirklich ist die Wirklichkeit? Das ist also was die Wirklichkeitskonstruktionen anbelangt. Wie konstruieren Menschen mit ihrer Sprache die Wirklichkeiten? Die Abbildung der Sprache oder die Sprache bildet ja Wirklichkeit ab und formt Wirklichkeit. Also das setzt sich natürlich auch in den Vorstellungen durch und macht eine Aussage darüber, was krank, was gesund, was richtig, was falsch, was gut ist, was böse ist, was die Symptome und Handlungen bedeuten und welche Leitideen von Veränderung und Heilung, von Scheitern oder Schuldigsein bestimmt. Die Narration repräsentiert also etwas sehr Wichtiges und spielt in den modernen Ansätzen der systemischen Therapie auch von der Frage nach, was ist Realität oder was ist Wirklichkeit? Also nochmal, wenn Watzlewick diese Frage stellt, wie wirklich ist die Wirklichkeit, etwas Entscheidendes da? Und wir müssen natürlich Menschen immer auch im Kontext ihrer narrativen Systeme sehen. Wie bewegen sie sich da? Und was wird als Wirklichkeit oder als Konstrukt zweiter Ordnung, das ist ja auch ein zentraler Begriff dieser Therapien, in Bezug gesetzt, nicht? Wir haben ein Konstrukt erster Ordnung, das sind die Dinge an sich, die Objekte an sich und das Konstrukt zweiter Ordnung wären die Bedingungen und Beziehungen, die die Objekte zueinander haben und damit eben unterschiedliche Sichtweisen darstellen können. Sie können individuelle oder sehr normativ wertende Sichtweisen darstellen. In den letzten Zeiten der Psychotherapieentwicklung können wir dann verstärkte, wie ich schon sagte, auch verstärkte Ansätze oder Integrationsbemühungen erkennen. Da geht es natürlich um die Erforschung und Beschreibung gemeinsamer Wirkfaktoren. Wenn ich Grave, Klaus Grave, mit seiner Psychotherapieforschung an dieser Stelle nenne, dann ist das etwas sehr Wichtiges. Also diese integrativen Bemühungen, was ist das gemeinsame, zum Beispiel psychotherapeutischer Wirkfaktor. Also so etwas wie Beziehung, so etwas wie Ressourcenbildung, so etwas wie Problemaktualisierung, so etwas wie, ist der Klient motiviert, was bedeutet Motivation, dann ist das also in der Psychotherapieforschung etwas Wesentliches. Das mal so als ein möglicher Überblick über die Psychotherapieschulen, mit denen wir uns in der Psychotherapie auseinandersetzen und beschäftigen.